Ich bin Eva Maria Zadowski und herzlich willkommen hier bei mir im Büro im Museum für der Kulturkunde Berlin. Und ja, ich bin ausnahmsweise mal hier für diese Instagram-Story. Normalerweise arbeite ich natürlich von zu Hause, aber was wir heute zeigen, lässt sich am besten hier vor Ort machen. Und für eine bessere Verständlichkeit werde ich meine Maske gleich abnehmen. Aber mein Kollege hat seine Maske weiterhin auf und wir werden auch auf den Abstand achten. Genau, hallo auch von mir. Hier ist Marc. Die Eva habt ihr vielleicht schon im Podcast gehört, Beats & Bones. Es geht über Bernstein und ja, wir schauen jetzt mal, was Eva da vorbereitet hat. Ja, also ich habe hier so ein paar Sachen mal rausgeholt aus meinen Schätzen. Und das Erste, was wir hier sehen, was vielleicht ganz interessant ist, das sind die verschiedenen Bernsteinsorten, die es gibt. Das ist jetzt alles Bitterfelder Bernstein. Und ja, man kennt Bernstein ja eigentlich normalerweise so Honigfarben, ein bisschen orange, klar, durchsichtig. Aber tatsächlich gibt es viel mehr Sorten und Farben von Bernstein, als man sich vorstellen kann. Und das habe ich jetzt hier mal vorbereitet. Wenn wir hier schauen, das hier zum Beispiel ist weißer Bernstein oder auch Bernstein, der sehr opak ist, also nicht transparent. Dann haben wir hier Bernstein, der eher so etwas grau oder ja, Knochenfarben ist. Und das hier ist Bernstein, der ja, so etwas dicht erscheint, der nicht transparent ist und der hat so ein bisschen so eine karamellige Farbe. Ja, und wie kommen diese unterschiedlichen Sorten zustande? Das hat was mit der Pflanze zu tun, die das Harz produziert hat. Das habe ich auch schon im Podcast erzählt, dass wir nicht nur eine Pflanze haben, die Harz produziert, sondern es gibt viele Pflanzen, die das machen. Und je nach Pflanze hat man eben unterschiedliche Harzchemie und die wiederum haben Einfluss darauf, wie Bernstein dann am Ende aussieht. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist das hier. Das ist Rohbernstein. Also das ist Bernstein, der noch nicht geschliffen ist. Und man kann sehen, dass der dann an der Außenkrank, auf der Außenschicht manchmal so eine Kruste hat und eher so ein bisschen dreckig aussieht. Das würde man vielleicht auch am Strand nicht unbedingt als Bernstein wiedererkennen. Weil das, was man sonst so kennt als Bernstein, ist eben eher dieses schöne Klare. Was aber nur zustande kommt, wenn man schleift. Ja, habt ihr denn schon ein paar Fragen? Ne, Fragen gibt es doch nicht. Aber ihr könnt die Fragen wie immer gerne im Chat stellen oder unten über das Frage-Antwort-Tool. Aber wir können ja vielleicht mal auf die Inclusion schauen oder die Tropfen. Ja, die Tropfen, das ist eine ziemlich gute Idee, weil wir kennen ja Harz zum Beispiel von eurem letzten Spaziergang, wie das aus dem Baum tropft. Und tatsächlich kann man diese Tropfen auch als Bernstein finden. Und das hier sind so ein paar Beispiele dafür, wie das aussehen kann. Das sind zum Beispiel Bernstein-Tropfen. Und was besonders schön ist, das habe ich hier. Das ist baltischer Bernstein. Und ja, das ist einer der größten Tropfen, die ich bisher gesehen habe. Und der ist auch noch so schön regelmäßig. Und man kann sehen, dass er auch noch so Trockenrisse auf der Oberfläche hat. Also das ist ein besonders schönes Stück. Und man kann sich auch dann gut vorstellen, wie sowas aus dem Baum rausläuft und dann diese Tropfen formt. Und andere, die auf die Herkunft hindeuten, andere Stücke, das ist sowas zum Beispiel. Das ist auch Bernstein. Und das ist so ein Harzverlauf. Und die bilden dann so eine Art Stalaktit gegen der Form her. Und ja, man kann bei dem Stück auch sehen, dass das geschichtet ist. Kann man das erkennen? Ja, ich denke schon. Ja, und zwar, das ist auch wichtig, wenn man nach Inklusen sucht, dass man auf Schichtflächen guckt. Weil wenn man sich vorstellt, das Harz läuft am Baumstamm entlang, dann bleibt das erste Insekt vielleicht kleben. Und dann wird das wiederum bedeckt von dem nachkommenden, nachfließenden Harz. Und dadurch hat man eben verschiedene Schichtflächen. Und wenn man Schichtflächen im Stück sieht, hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass da Inklusen drin sind. Also wenn ihr sammelt, darauf könnt ihr dann achten. Wie ist das denn? Also da sind ja jetzt manche trüb und manche sind recht klar. Wurden die klarer irgendwie bearbeitet oder kommen die so vor? Ja, also manche sind von Natur aus klar. Aber sie haben häufig diese Trockenschicht, was ich hier schon so ein bisschen gezeigt hatte. Und da müsste man das dann schon schleifen, damit das so ein bisschen eine schöne glänzende Oberfläche hat. Aber es gibt tatsächlich Bernsteinsorten, die von Natur aus opak sind, also nicht transparent. Da hatte ich hier schon was gezeigt. Das wäre das hier zum Beispiel. Also da kann man auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise durchschauen. Oder auch dieses weiße Stück hier. Und das hat wiederum was mit der Harz-Chemie zu tun, was ich vorhin schon erlebt habe. Tatsächlich weiß man aber noch gar nicht so genau, was diese unterschiedlichen Farben eigentlich bewirkt. Also Harz-Chemie ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Fachgebiet, wo wir auch noch nicht alles wissen. Und manche vermuten auch, wenn man sich das hier zum Beispiel anguckt, dass das auch kleine Blasen sein könnten, die den Bernstein so trüb machen. Aber vermutlich ist es so ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Und die Pflanze, die das produziert hat, spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Kann es sein, dass in diesen trüben Objekten auch inklusen sind? Ja, tatsächlich ja. Also ein gutes Beispiel dafür ist Französischer Bernstein aus der Kreide. Und der ist auch dafür bekannt, dass er sehr trüb ist und auch sehr bröselig. Aber tatsächlich sind da sehr viele Einschlüsse drin. Und da ist auch schon einiges daraus beschrieben worden in der Wissenschaft. Und die konnte man aber nicht mikroskop nicht sehen. Und damals hat der Wissenschaftler, der das untersucht hat, ist dann nach Grenoble gefahren zum Synchrotron, ein Teilchenbeschleuniger. Und hat dann dort die Stücke scannen lassen. Und da wurde erst sichtbar, was eigentlich in den Stücken eines drinsteckte. Interessant. So, erste Frage. Jemand fragt, wie viele Bernstein-Sorten es gibt. Kann man das so nennen? Kann man das so sagen? Ja, natürlich. Das kann man so sagen. Aber tatsächlich, eine konkrete Nummer kann ich nicht nennen. Aber ich würde sagen, jetzt grob schätzen, für Bitterfeld bestimmt zehn Stück. Okay. Und die nächste Frage, das müssen wir vielleicht zurückstellen, weil ich glaube, dazu sagst du noch was. Nämlich, ob man eigentlich erkennen kann, von welcher Pflanze der Bernstein stammt. Ja, da kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Soll ich das jetzt machen? Äh, ja. Ja, also ich hatte von der Harz-Chemie gesprochen. Das ist etwas, was man untersuchen kann auf jeden Fall. Und das machen wir mit Infrarot-Techniken. Das ist, ja, da wird die Probe des Harz mit Infrarot bestrahlt. Und dann bekommt man dadurch so eine Art Muster. Das ist so eine zackige Liene im Koordinatensystem. Und jeder Peak steht für ein einzelnes Element oder für ein organisches Molekül, je nachdem, welchen Tode man anwendet. Und in diesem Must, also in diesem Koordinatensystem oder Linien, gibt es bestimmte Fingerabdruckregionen, die typisch sind für bestimmte Pflanzen. Und anhand dessen kann man schon zumindest unterscheiden, ja, auf Gattungsebene, manchmal auch nur Familien. Also viel geht über die Harz-Chemie vor allen Dingen. Man kann aber auch anatomisch arbeiten. Also man stellt sich vor, man hat ein Stück Holz im Bernstein. Und in dem Holz an sich, in den Harz-Kanälen, ist auch nochmal Bernstein. Und wenn man dann die Anatomie dieses Holzes analysiert und sie eindeutig einer Gattung zuordnen kann und dann auch noch das Harz oder der Bernstein in den Harz-Kanälen mit dem Bernstein übereinstimmt, der drumherum ist, dann hätte man auf jeden Fall den eindeutigen Beweis, welche Pflanze das Harz produziert hat. Und dazu kann ich sagen, Holzanatomie ist gar nicht so einfach und die Stücke, die wir im Bernstein haben, Holzstücke, die sind schon untersucht worden, aber sie waren nie so eindeutig, dass man sagen konnte, ja, das muss jetzt die Pflanze gewesen sein, zumindest was den deutschen Bernstein betrifft. Okay, dankeschön. Eine noch und dann habe ich eine Frage, die können wir überleiten, aber noch eine Frage zum Alter von Bernstein. Also wie alt sind die Objekte so, die man findet? Ja, also per Definition ist Bernstein alles, was im Alter als 2,5 Millionen Jahre ist. Und tatsächlich haben wir über das Erdzeitalter eine sehr große Bannbreite an Bernstein-Lagerstätten. Ich kann das vielleicht mal in der chronografischen Tabelle zeigen. Ist das so weit weg? Ja, ich komme rein. Weil sonst kann man sich das nicht vorstellen, was eigentlich Millionen Jahre sind. Also die ältesten Bernsteine mit Einschlüssen haben wir hier aus der Trias, das sind dann über 200 Millionen Jahre. Dann haben wir auch Bernstein-Lagerstätten, insbesondere aus der Kreide. Zum Beispiel Burmesischer Bernstein ist ungefähr hier 99 Millionen Jahre alt. Und jetzt Balzstein-Bernstein zum Beispiel, wir sind ja schon im Eocene, im späten Eocene. Das sind dann 34 bis 38 Millionen Jahre. Und wir haben einige Lagerstätten, beispielsweise aus Mexiko, der Dominikanischen Republik. Die sind hier aus dem Eocene. Also das ist dann schon Neogen, das ist was zwischen 11 und 5 Millionen Jahre. Und das ist so eine ziemliche Bandbreite, die Bernstein-Lagerstätten abdecken. Also bis zur Trias. Okay, danke schön. Dann machen wir gleich mal hier Rollenwechsel. Ja. Du gehst auf die andere Seite. Jemand wollte nämlich wissen, ob es bei uns in der Sammlung zum Beispiel auch Echsen in Bernstein gibt. Und damit sind wir eigentlich schon bei den Inklusen. Ja, bei uns in der Sammlung haben wir keine Ahn mit Echse leider. Also hier ist mal eine Eilechse, ein Einschluss von einer Eilechse untersucht worden, aber die stammt aus einer anderen Sammlung in Göttin. Ich habe hier jetzt mal ein paar Einschlüsse mitgebracht, die mir am Herzen liegen. Das sind die Pflanzen, leider keine Echse, wobei ich sagen kann, Echsen sind wirklich sehr selten. Und eines der spektakulärsten Pflanzenanschlüsse, die wir hier haben, das ist dieses Blatt. Und das ist wirklich einmalig. Also so große Blattfragmente findet man in Bernstein normalerweise nicht. Man kann auch sehen, wie es eingebettet ist. Das ist halt so eine Form dieser Epoxidblock, der drüben herum ist. Das ist eine Form von Konservierung, wie man Bernstein einbetten kann und haltbar machen kann. Das Blatt ist leider noch nicht bestimmt. Da werde ich dann in Zukunft noch dran arbeiten. Ja, aber so von der Größe her ist das auf jeden Fall sehr eindrücklich. Dann habe ich hier mal als Beispiel was aus unserer historischen Sammlung, die über 100 Jahre alt ist. Und hier seht ihr einen Objektträger. Und auf dem Objektträger ist so eine Glaskammer. Und in der Glaskammer hier, da ist der Bernstein mit dem Einschluss. Und dieser Einschluss hier, das ist ein Pollenzapfen von einer Kupressacea, das ist ein Zypressengewächs. Und das ist der männliche Pollenzapfen, also die Struktur, die den Pollen produziert. Und ja, vielleicht noch was zu dieser Präparationsmethode. Der Bernstein hier ist in der Kammer mit Kanadabalsam eingebettet. Das ist ein rezentes Baumharz, was man aushärten kann. Und dann hat man ihm einen Glasdeckel draufgeklebt. Und das war damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts so die Methode, die man Bernstein konserviert hat. Und heute würde man dann den Einschluss in Epoxid, in Epoxiharz eingießen. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Und da seht ihr, der Einschluss ist wirklich mini. Das ist eine Blüte aus Bitterfäller Bernstein. Die hat man ziemlich klein geschliffen und dann mit Epoxie eingebettet. Genau, dann habe ich jetzt hier noch ein Stück, das nicht eingebettet ist, aber nur geschliffen. Da habe ich an einer Kante, kann man sehen, habe ich ran geschliffen. Und das ist was Interessantes, das ist aus der Familie der Phagazin, der Botengewächse. Und das ist ein männlicher Blütenstand. Und den habe ich erst vor kurzem bearbeitet. Und ja, die Hypothese ist, dass der zu den sogenannten Trigonobalanoiden gehört. Das ist eine Familie, die heute in Südamerika und eben China beeintet ist. Und das ist halt das, was da nun interessant ist, weil wir das eben aus den baltischen Landsteinen haben, also hier aus Zentraleuropa. Und das wiederum zeigt eben, wie die Flora von damals, wie weit verbreitet sie eigentlich war und wie sich dann diese Verbreitungsmuster mit der Erdgeschichte verändert haben, weil wir diese Familie hier zum Beispiel in Zentraleuropa heute gar nicht mehr haben. Ja, das ist so viel zu den Inklusen. Ich habe hier noch genau das Stück, könnte ich noch zeigen. Das ist auch was Besonderes. Sowas sieht man auch selten. Das ist eine ganze Blüte. Das kann man hier gut erkennen. Die ist zwar nicht hier aus der Sammlung, die habe ich ausgeliehen aus dem Geologischen Institut in Spandau. Und was schön ist, ist eben, dass man eben die Blütenblätter so gut sägen kann und auch hier die ganzen Staubbeutel in der Mitte. Und wegen der Größe ist das schon einmalig, weil so große Pflanzenanschlüsse hat man selten im Bernstein. Okay, danke schön. Eine Frage noch zwischendurch. Wie alt ist denn der Bernstein, den man allgemein so an der Ostsee findet? Das ist wahrscheinlich auch baltischer Bernstein. Und da würde ich sagen, 34 bis 38 Millionen Jahre. Okay, danke schön. Das kam ja hier. Als hätte sich das schon mal jemand gefragt. Ja, weil das Alter von Baltschen Bernstein ja immer noch zur Diskussion steht. Aber das ist so eine komplizierte, komplexe, wissenschaftliche Diskussion. Ich glaube nicht, dass jetzt hier am 30. Sind wir heute am Wetter noch nicht fertig. Okay. Deswegen bleiben wir mal bei dem Antrag. Alles klar. Gut, was hast du ansonsten noch vorbereitet? Also ich habe hier noch zwei Einschlüsse von Insekten aus Bitterfelder Bernstein. Aber die kann man jetzt wahrscheinlich so ohne Bino nicht gut sehen. Vielleicht kannst du die auf das Blatt Papier legen. Ja. Du kannst ja mal gucken, ob du sie findest. Ansonsten zeige ich mal drauf. Jetzt muss ich mal selber gucken. Da. Ah ja. Ihr seht, hier ist Millimeterarbeit gefragt. Ja. Und da könnt ihr vielleicht gleich mal zum Mikroskop switchen. Ja. Weil das ist das, was man braucht, wenn man mit Bernstein arbeitet. Aber dafür würde ich mir jetzt wieder mal eine Maske aussetzen aus hygienischen Gründen. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch verstehen. Und zwar, ihr habt ja jetzt gerade gesehen, ich habe euch ein paar Ausnahmen gezeigt. Und einschlüsse sind die wirklich großen. Aber normalerweise sind die Einschlüsse wie das, was ich gerade gezeigt habe mit der Pinzette. Also recht klein. Irgendwas zwischen wenigen Millimetern bis maximal Zentimeter. Und das ist einfach mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Und deswegen arbeiten wir am Binokular oder hier am Mikroskop dort drüben. Und am Bernstein, am Mikroskop, braucht auf jeden Fall diese Kaltlichtquellen von der Seite. Kaltlicht, damit sich der Bernstein nicht so aufheizt. Und man braucht eben das Licht von der Seite und von unten, damit man einerseits Licht hat, dass den Bernstein nicht schein und andererseits auch Licht hat, was von den Seiten kommt. Und dann habe ich hier diese Objektträger. Und ich habe so ein Kit. Das ist ein bisschen wie Kaugummi, was sich aber gut wieder ablösen lässt. Und zwar wichtig ist, dass der Bernstein so ausgerichtet ist, dass er eben parallel zur Oberfläche oder zum Objektträger steht. Weil wenn man drauf schaut, sieht man eben am ehesten, ohne dass man Winkel drin hat. Also dass man eben eine plane Fläche hat. Ja, und dann benutzen wir hier Wasser. Ich mache dann hier so kleine Tropfen drauf. Und dann nehmen wir hier so einen Objektträger. Lassen wir ihn hier so draufklatschen. Und durch das Wasser haben wir eine bessere Verteilung des Lichtes im Bernstein. Und man kann den Einschluss dann besser erkennen. Und dann würde ich das hier runterlegen. Und man kann schon sehen, wie sich das hier, wie das Licht von der Seite den Bernstein so durchleuchtet. Ja. Ich kann hier auch noch ein bisschen das heller machen, aber ich will euch auch nicht blenden. Ja, ich denke, man hat einen Eindruck. Ja, genau. Und dann würde ich halt hier sitzen normalerweise und mir den Einschluss ansehen. Und dann kann man hier, hat man hier verschiedene Größenanstellungen. Ich kann also sozusagen reinzoomen und dann hier hin schlafen stellen. Dadurch, dass das so auf den Objektträger liegt, kann ich das dann auch drehen und wenden. Ja, und dann sitze ich hier normalerweise und ich mache mir dann Notizen, was mir so auffällt. Manchmal kann ich, also ich messe auch manchmal, ich habe hier in den Okularen ist eine Messplatte drin, dann kann ich auch parallel messen, während ich durchschaue. Dann habe ich hier noch diesen Zeichentrobus. Da ist ein Spiegel drin. Also wenn ich den Spiegel hier umlege, kann ich dann auch das, was ich dort sehe, zeichnen. Aber wir fotografieren das natürlich, was wir sehen. Und das machen wir über die Kamera, die hier angeschlossen ist, eine Spiegelreflexkamera. Und dann kann ich von dem Einschluss durch das Mikroskop Fotos machen. Meistens machen wir Fotos von verschiedenen Ebenen, also so 30 bis, manchmal sogar 100 Einzelwilder. Und die werden dann am Computer mit dem Programm gemerged, sodass man so eine Dreidimensionalität hat. Weil nicht alle Einschlüsse liegen ja plan in der Oberfläche. Wenn ein Insekt denkt, das hat dann vielleicht auch mal ein Bein nach unten gestreckt oder so, und um das alles mitzukriegen, macht man dann eben so Stapelaufnahmen. Okay, danke schön. Jetzt kamen noch einige Fragen. Vielleicht kannst du die ausgeliehene Blüte noch mal nehmen. Die hier? Ja, da ist die Frage, hat man die schon bestimmt? Ja, und zwar hat man die damals bestimmt als eine Kamelie. Das ist ja die Teepflanze. Das müsste ich aber noch mal überprüfen, deswegen habe ich sie ausgeliehen. Aber da bin ich noch nicht weitergekommen. Okay. Genau. Aber es kommt schon irgendwie hin, wenn man die Größe bedeckt und die vielen Stadbeuteln. Okay. Dann, warum heißt Bernstein Bernstein? Das hat was damit zu tun, dass Bernstein so gut brennt. Also kommt, ich weiß nicht, ob es Lateinisch ist oder so, aber auf jeden Fall hat das was zu tun mit dem Wort Brennen. Es gibt auch Länder, in denen man Bernstein verbrennt, weil es eben so ein guter Rohstoff ist und schön brennt und es riecht dann auch gut. Von welchen Faktoren ist es abhängig, ob ein Bernstein von wissenschaftlichem Interesse ist? Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Also vor allem kommt es darauf an, wofür sich der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin interessiert. Jetzt, wenn ich von mir rede, wenn ich an Pflanzen denke, als erstes Erhaltung, habe ich eine gute Erhaltung, sprich bei einem Blatt zum Beispiel, kann ich die Zellen, kann ich die Spalte auf einmal erkennen oder bei einer Blüte, kann ich die einzelnen Merkmale der Blüte erkennen. Und das ist auf jeden Fall das Erste, was wichtig ist, dann auch mein Interesse zum Beispiel mit den Buchen gewechseln. Und wenn ich dann zusammengehe, gucke ich eher, okay, sehe ich irgendwas, was in die Richtung geht? Und ja, das ist das, was so Einschlüsse betrifft. Wenn man jetzt eher an der Harzchemie interessiert wäre oder an unterschiedlichen Harztypen, dann würde man eben nach solchen Proben schauen, ob die irgendwo in der Sammlung drin sind. Okay, Dankeschön. Weiter geht's. Soll ich die Maske wieder aufnehmen? Hier die nächste Frage. Handelt es sich dann bei den käuflichen Steinen mit den vielen Einschlüssen, wie Insekten und Schmetterlinge, um echten Bernstein oder um künstlich hergestellte Merchandising-Produkte? Da muss man echt aufpassen. Wer den Podcast gehört hat, kennt die Story. Und zwar sind die Bernsteinfächer zum Teil ziemlich gut geworden. Es gibt natürlich einen Markt und ein Portal im Internet, wo echte Einschlüsse verkauft werden, keine Frage. Es gibt aber natürlich auch immer schwarze Schafe und man sollte besonders skeptisch werden bei Stücken, die besonders inklusenreich sind. Also in dem Fall, den ich im Podcast beschrieben habe, war das ja ein Stück mit einer Eindächse, mit einem Zapfen und noch einer interessanten Pflanze und das Stück war auch noch Handteller groß. Und das allein hätte einen eigentlich schon skeptisch machen müssen, weil sowas äußerst selten ist. Also es ist ein bisschen Vorsicht befragt, gucken, wer bietet die Stücke an, ist das ein zertifizierter Händler, welche Informationen kann er über das Stück weitergeben. Und baltischen Bernstein zum Beispiel kann man sehr gut daran erkennen, ob Sternhaare drin sind. Das ist ein typisches Merkmal von baltischen Bernstein, dass man Sternhaare als Syninklusum hat. Das sind Pflanzenhaare, die so wie ein Stern ausgebildet sind, also viele verschiedene kleine Arme haben. Und die sind typisch für baltischen Bernstein, das wäre so ein Merkmal, nachdem ich gucken würde, wenn zum Beispiel Bernstein geht. Dann gibt es natürlich noch fancy Testverfahren, mit denen man Bernstein auf die Echtheit prüfen kann. Das kann man jetzt als Otto- und Normalverbraucher nicht machen, vor allem, wenn man dann nur ein Internetbild hat. Ich hatte ja im Podcast auch von diesem Hot-Needle-Test gesprochen, mit dem man zum Beispiel Plastik von Bernstein unterscheiden kann, also indem man eine heiße Nadel dran hält und dann riecht, ob es aromatisch nach Hans riecht oder halt nach Plastik. Es gibt also verschiedene Methoden, ja, vielleicht auch noch ein bisschen auf den Preis achten, weil Stücke mit guten, sehr guten Einschlüssen sind sehr teuer. Okay. Kaufen wir die dann eigentlich auch an? Oder wie ist das? Wir haben ja hier das Glück, dass wir eine sehr große Wohnung haben hier im Museum. Ich hatte ja vorhin schon diese historischen Stücke gezeigt. Wir haben über 30.000 Stück, die vor allen Dingen im 19. Jahrhundert gesandet worden sind in Königsberg, heute Karl Leningrad und hierhergekommen sind. Und das ist wirklich so ein reichhaltiger Schatz, da muss ich gar nicht viel ankaufen. Aber natürlich passiert das auch. Also, wir kriegen Stücke auch gespendet. Es gibt private Sammler, die ihre Sammlung der Wissenschaft zur Verfügung stellen und manchmal die Stücke auch spenden. Oder aber moderate Preise für die Stücke verlangen, dass man eben sicherstellen kann, dass die in einer ordentlichen Sammlung untergebracht werden oder in einer öffentlichen Sammlung, das heißt, das ist ja noch. Ja, da würde man schon mal was kaufen. Okay. Danke. So, und hier die Jurassic Park Frage. Ah, okay. Ist es möglich, aus pflanzlichen wie tierischen Einschlüssen Genmaterial zu extrahieren? Ja, da muss ich gleich einfach mal sagen, ganz platt leider nein. Also, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Bernstein älter ist als 2,5 Millionen Jahre und es hat mal Wissenschaftler gegeben, die die Haltbarkeit von DNA berechnet haben und man sagt, verwertbare DNA ist maximal eine Million Jahre alt und danach ist sie einfach so sehr ihre Einzelteile zerfallen, dass man damit nichts mehr anfangen kann. Und die DNA hält auch nur so lange unter sehr besonderen Bedingungen, also Permafrostboden zum Beispiel. Und man darf bei Bernstein auch nicht vergessen, dass es ein organisches Material ist, was durchlässig ist. Vor allen Dingen, wenn es Risse hat, können Bakterien und Pilze eindringen, die dann auch Einschlüsse kontaminieren. Also wahrscheinlich würde man, wenn man testet, immer DNA finden, aber es ist dann höchstwahrscheinlich eine Kontamination, die stattfindet, auch durch das Finden an sich und durch das Handling. durch die Menschen, die das anfassen, weitertragen, durch die Luft, denen der Bernstein ausgesetzt wird. Und es hat man einen Hype gegeben in den 90er Jahren, wo man dachte, jetzt hat man es geschafft, jetzt hat man DNA gefunden und dann hat man eine Menge festgestellt, zehn Jahre später hat man das nochmal getestet, dass die Versuche nicht replizierbar waren und man konnte sie nicht nochmal durchführen und dass die Labore nicht geeignet waren für die Untersuchung von damals. Und man ist heute einfach weiter und kann das dann besser beurteilen und daher heißt die Antwort nein, nein. Okay. Aber vielleicht ja in 100 Jahren, aber das erleben wir nicht mit. Es gibt jetzt eine Studie, da haben sie es aus Kopal versucht, Kopal ist nicht fossiles Harz und dann haben sie Harz genommen, das war, weiß ich nicht, drei oder fünf Jahre alt und dann haben sie es tatsächlich geschafft, aus allen Schlüsselwählen anzuruplizieren. Aber da muss man einfach dran denken, wie jung das Material war. Okay. Gut, dankeschön. Also es gibt noch ein paar weitere Fragen, aber nicht, dass wir dann zum Schluss keine mehr haben. Vielleicht machen wir kurz den PC-Part. Ja, den muss ich jetzt aber nochmal anmachen. Der hat sich jetzt schon verabschiedet. Vielleicht kann ich kurz ein paar Fragen selbst beantworten. Wann gibt es eine Bernstein-Ausstellung? Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich eine Sammlung mit 30 Millionen Objekten haben und nur etwa 10.000 davon in der Ausstellung zu sehen sind. Und wir werden aber in den nächsten zehn Jahren weitere große Teile der Sammlung auch in die Ausstellung integrieren. Und einen Blick in die Sammlung machen wir heute nicht. Heute sind wir wirklich in EFAS Büro, aber ich habe schon den Collection Manager besucht und werde im Laufe der Woche dann auf Instagram noch ein paar Eindrücke zeigen. So, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was für Anschlüsse wir haben, auch ein bisschen wie die entstehen, wie alt die sind. Und jetzt natürlich die Frage, was mache ich damit? Also jetzt weiß ich das alles, ich habe jetzt was gefunden, ich habe es bestimmt und was ist der Zweck des Ganzen? Und das möchte ich jetzt hier mal an einem Beispiel erklären. Und zwar, was ihr hier seht, das ist ein Einschluss von einer Nadel einer Schirmtanne und Schirmtanne kennt man tatsächlich aus einem fossilen Rekord in Zentraleuropa sehr gut, also als Steinfossilien sind sie sehr bekannt und sehr verbreitet und daher weiß man auch, was diese Pflanze für eine Ökologie hatte zu der Zeit. Und zwar kam Schirmtanne in Hochmooren vor und daher haben wir dann diesen Einschluss, den wir gefunden haben als Indikator verwendet, dafür, wie das Ökosystem oder der Lebensraum, aus dem dieser Einschluss stammt, ausgesehen haben könnte. Und das ist letzten Endes das Ziel meiner Arpad, herauszufinden, wie die Ökosysteme zu der damaligen Zeit, als das Harz produziert wurde, ausgesehen haben. Und es geht dann eben nicht nur darum zu wissen, welche Pflanzen wuchsen dort, sondern was sagen mir die Pflanzen über die unterschiedlichen Abitante. Ein weiteres gutes Beispiel, das sehen wir hier, das ist aus der Familie der Zypressengesächse, das ist Kase Sequoia und das sind so Zweigfragmente aus dem Bernstein. Und Kase Sequoia, der Name sagt es ja schon, fast wie eine Sequoia, also fast wie ein Mammutbaum. Und ja, hier habe ich mal ein Bild von einem Mammutbaum, also hier sieht man den Mammutbaum und hier unten steht jemand. Man kennt die also heute als sehr riesige Bäume. und die Kase Sequoia war eben vergleichbar mit so einem Fismonutbaum, also auch ein sehr großer, massiver Baum. Und ja, wo wuchsen die? Man weiß, auch aus anderen fossilen Lagerstätten mit Kase Sequoia, dass sie in Sümpfen wuchsen. Und den kann man sich vorstellen, wie das hier, was wir hier sehen, das ist jetzt ein Sumpfzypressen aus den USA. Das heißt, dass diese Einschlüsse mir wiederum etwas sagen über den Lebensraum des Bernsteinwaldes, nämlich, dass wir dort auch Sümpfe hatten im Hinterland, in denen diese Kase Sequoia gewachsen ist. Ja, und so rekonstruiert man sich den Wald Stück für Stück mit jedem Stück, was ich finde, das muss man sich vorstellen, wie so ein Puzzle. Jedes Stück ist ein anderes Puzzleteil, durch das das Gesamtbild deutlicher wird. Das sind jetzt noch weitere Kolifären, die ich mal beschrieben habe in meiner Doktorarbeit. Dabei kam raus, dass der baltische Bernsteinwald sehr divers waren Kolifären, also Nadelgehölzer, unter anderem auch Gattungen, die heute hier gar nicht mehr vorkommen, sondern die man nur noch in China findet, beispielsweise die endemisch sind sogar für China oder Südostchina, um genauer zu sein. Und dann diese fossile Geschichte der Gattung, die ich finde und natürlich auch Informationen über ihren heutigen Lebensraum, das sind die ganzen Informationen, die ich dann sammle und daraus dann Rückschlüsse ziehe. Und einer dieser Rückschlüsse ist eben, was wir hier sehen, dass ich dann diesen baltischen Bernstein-Galt rekonstruiere mit den verschiedenen Lebensräumen, die wir haben. also ich hatte ja vorher die Schirmtanne erwähnt in den Hochmooren, dann habe ich über Kase-Seq-Feuer gesprochen, das sind diese Sümpfe, wo sie auch zusammen mit Sumpfzypressen stehen und ich hatte ja vorhin diese Konifären erwähnt, diese vielen Nadelgewätze und die zusammenstehen hier in dem grün markierten Konifärenwald, waren aber gemischt mit Buchengewächsen, die auch sehr divers waren für der Zeit. Genau, gibt es da denn noch Fragen zu, bevor ich hier weiter mache? Also es kommen ja immer im Laufe des Leistungs immer wieder Leute dazu und hier wird nochmal gefragt, wie eigentlich dein Beruf genannt wird. Ganz konkret, speziell würde man Paläobotanikerin zu mir sagen. Aber Paläontologin passt auch, das ist halt dann eher der Überbegriff, aber Paläobotanikerin wären dann nochmal spezifisch die Botanik, aber nicht rezent, sondern ein Paläobotanikerin. Okay, an wann ist Harz eigentlich Bernstein? Ab 2,5 Millionen Jahre, das ist die Definition, wobei das variieren kann, je nachdem, wie man fragt, aber es muss schon, über eine Million müsste es schon sein. Okay, und das passt dann auch zur Frage, wie lange dauert die Entstehung von Bernstein? Ja, genau, das ist der Zeitraum, der mindestens vergangen sein muss. Aber wie weit geht es dann zurück in der Erdgeschichte? Mit Bernstein? Ja. Also, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir in der Trias Bernsteine haben mit Einschlüssen. Trias, das war ja hier ungefähr 200 bis 250 Millionen Jahre, aber tatsächlich gibt es auch ganz, ganz kleine Bernsteinstücke, sogar schon aus dem Carbon, aber da sagt man gar nicht mehr Bernstein dazu, sondern man nennt das dann Resilid, weil das so mini ist, dass es der Definition nicht mehr so wirklich entspricht und das sind dann auch keine großen Lagerstätten, sondern das hat man an einem Pflanzenfossil gefunden. Okay, Dankeschön. Dann können wir weiter. Ja, okay. Das ist ein weiteres Projekt, also ich hatte über Lebensräume gesprochen, es geht nicht nur darum, welche Lebensräume wir im Bernsteinbein gehabt haben, sondern auch darum, wie die Pflanzen zueinander in Beziehung stehen, haben wir irgendwelche unterschiedlichen tropischen Ebenen nennt man das, also zum Beispiel Tier frisst Pflanze, größeres Tier frisst Tier und so weiter, das sind eben diese Beziehungen in einem Ökosystem und wir versuchen eben auch herauszufinden, welche Beziehungen in diesem Bernsteinbein geherrscht haben. Und ein sehr gutes Beispiel dafür sind die Zwergnistrin, das ist auch ein Projekt aus meiner Hand und zwar Misteln kennen wir ja als parasitische Pflanzen, wenn ihr mal so ein bisschen rausguckt, wenn ihr die Autobahn entlangfahrt und auf die Bäume achtet, die da stehen, das ist mir jetzt hier in der Umgebung schon sehr aufgefallen, haben wir sehr stark Misteln befallen. Also es sind wie so große Neste in der Krone und Zwergnistrin funktionieren eh nicht nur, dass sie sehr viel kleiner sind als die Misteln, die wir hier haben und man kennt, man kennt Zwergnisteln heute nordhemisphärisch vor allen Dingen, sehr divers in Nordamerika, Mexiko und das ist so ein Beispiel von so einer Zwergnistel, wie sie heute aussieht. Also das hier ist so ein Kiefernzweig und hier sitzen die Misteln drauf und wenn die einen Baum befallen, dann zapfen die mit ihren Wurzeln den Ast richtig an, das kann man hier so im Querschnitt sehen und dadurch erhalten die Wassermährstoffe, sind also parasitisch. Ja und bei den Zwergnisteln ist es so, wenn sie heute einen Baum befallen, dann reagiert der Baum da drauf und bildet sogenannte Hexenwesen. Das sind diese Büsche, die man dann in der Krone sieht und das ist wie eine Art Mutation, also dann fängt der Baum an ganz viele Zweige zu bilden, die dann diese Büsche im Kronendach bilden und dadurch haben die Zwergnisteln eben sehr starken Einfluss auf die Struktur des Waldes, weil man kann sehen, dass die Krone schon sehr leidet und sehr licht ist und manche Bäume sterben tatsächlich, auch wenn sie gefallen werden. Ja und was ist der Zusammenhang mit dem Bernsteinwald? Wir haben jetzt diese Zwergnisteln aus dem baltischen Bernstein, gar nicht mal wenig, wir hatten unterschiedliche Arten entdeckt, dann ist da natürlich die Frage, wie haben diese Misteln damals den Wald beeinflusst? Und wir können davon ausgehen, dass es in einer ähnlichen Weise gewesen ist, wie wir es heute kennen, nämlich, dass sie dem Baum befallen und der Baum darauf reagiert und das auch einen Einfluss hat auf die Struktur des Waldes und der Baumgruppe, dass sie also lichter wird und wir mehr Dichteinfall haben in den Wald. Und daher haben wir diese Zwergnisteln als Indikatoren dafür verwendet, dass es eben kein dichter Wald war, sondern ein sehr heller Wald, dichter schütteter Wald. Eine detektivische Arbeit. Ja, richtig. Das ist wirklich. Ja, ich kann dir mal erzählen, wie ich überhaupt anfange. Ich habe zum Beispiel in meiner DIST das erste Mal hier das Museum besucht und die Sammlung durchgeschaut und mir Stücke ausgeliehen in der Hoffnung, dass die zu bearbeiten werden, dass da irgendwie was bei rauskommt. Ich habe sehr viele Sammlungen besucht und immer wieder Stücke angeschaut und ausgeliehen und dann sortiert man sich so im Labor, am Mikroskop, guckt sich alles nochmal durch und dann muss man so auswählen, okay, wo arbeite ich jetzt dran weiter und muss sich auch viel mit Literatur beschäftigen, was ist schon veröffentlicht worden, lässt sich das, was ich hier habe, irgendwie einordnen, ist es was Neues, kenne ich es vielleicht irgendwoher. Also der Vorteil eben am Eocene ist, dass wir schon einige Pflanzen haben, die den heutigen sehr ehren, das heißt, wenn man gutes botanisches Fachwissen hat, dann kann man vielleicht auch schon auf den ersten oder zweiten Blick zumindest schon mal Familien raussuchen oder weiter untersuchen, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt und so arbeitet man sich Schritt für Schritt vor und ich kann sagen, alles, was ich so in der DISS gemacht habe, vieles war ein Zufallsfilm, da ist es keiner zu mir gekommen, hat gesagt, guck dir das an, sondern es sind eher Dinge, die sich sukzessive entwickelt haben. manchmal kommt es auch vor, dass ein Privatsamer, mit dem wir sehr gut in Verbindung stehen, das dem Anrufen oder meine E-Mails schicken mit dem Bild und sagen, ach guck mal, das habe ich neulich gefunden oder das habe ich auf einer Börse gekauft, wäre es nicht interessant für dich. und dadurch kommen auch Arbeiten zustande und neue Entdeckungen. Okay, da passen jetzt zwei Fragen zu. Um die Landschaft aufzuzeigen, reicht der Bernstein nicht ganz aus, oder? Also wo sind die Grenzen dann quasi? Ja, die Grenzen sind vor allen Dingen da, dass wir eine Größenverschiebung haben. Ich habe ja vorhin schon von der Größe von Einschlüssen gesprochen und dass diese Blätter und die Blüte spektakulär groß sind. Und das ist eben das Problem, dass ich in Bernstein meistens nur Einschlüsse habe, die klein sind. Das heißt, ich habe eben auch nur fossile Nachweise von Pflanzen, die kleine Blüten haben, kleine Blätter. Und Pflanzen, die beispielsweise große Früchte haben, große Blätter, die werden gar nicht präsentiert oder repräsentiert in den Bernstein. Und dadurch habe ich eben nicht das komplette Spektrum. Und das Gleiche betrifft natürlich auch die Tiere, dass ich dann vor allen Dingen die Insekten habe, weil die klein genug sind, um eingeschlossen zu werden. Aber zum Beispiel Wirbeltiere haben wir im baltischen Bernstein sehr selten. Ich hatte die Eidechse vorhin erwähnt. Es gibt auch irgendwelche Säugetierhaare. Aber das ist dann wirklich das Maximum. Und das heißt, wir werden in unserer Rekonstruktion immer einen blinden Fleck haben. Irgendwas, was wir nicht wissen. Aber damit muss man als Wissenschaftler auch einfach lernen zu leben. Weil wenn ich wissen wollte, wie es hundertprozentig war, dann bräuchte ich eine Zeitmaschine. Und soweit sind wir leider nicht. Und daher muss man sich einfach damit begrünen, dass man sich alles bis zur Gänze auflösen kann. Nicht jedes Rätsel kann gelöst werden. Genau. Auch eine wichtige Erkenntnis immer wieder in der Wissenschaft. Dann hier noch eine Frage. Da Bernstein schwimmen kann, wie kann man sichergehen, dass der Entstehungsort des Bernsteins zum Fundort passt? Ja, das ist auch so ein Hot Topic, was den baltischen Bernstein angeht, weil man dort von der Umlagerung ausgeht, dass der Bernstein eben durchs Wasser transportiert worden ist und dann im Sediment abgelagert worden ist. Und sicherlich, das kann man nicht ausschließen, das ist einfach Fakt, dass das so passiert ist. Die Frage ist dann halt, wie viel Zeit ist dabei vergangen? Und entspricht das Alter des Sedimentes, in dem der Bernstein abgelagert wurde, auch dem Alter des Bernsteins? Und das ist eine Diskussion, die immer noch brennt, sag ich mal, in der Community und wo wir auch noch nicht zum endgültigen Beschluss bekommen sind. Was man machen kann, um dem Rätsel ein bisschen auf die Spur zu kommen, ist natürlich, auf die Einschlüsse zu gucken. Bei den Pflanzen zum Beispiel habe ich jetzt einige Gattungen, die eher typisch sind für späte Iocene, die dann das Alter so unterstützen. Aber es ist natürlich bisher noch kein Indikator gewesen. Also Altersindikator sowas wie Fossilien, die man zu datieren benutzt, zum Beispiel. Die haben wir jetzt im Bernstein, aus dem Bernstein an sich nicht. Aber wir nähern uns durch jeden Fund immer schrittweise an und können durch jeden Fund haben wir Neuerkennnis und kommen dem Rätsel sozusagen immer mehr auf die Spur. Okay, Dankeschön. Dann gerne weiter an das Hext. Ja gut, wir waren ja hier bei den Bayerischen Bergstuhl-Setter der Konstruktion und vielleicht kann ich das jetzt mal was zu Einschlüssen erzählen, die nicht in ja unbeachtet bleiben, weil sie so klein sind oder wie mal jemand auf einer Konferenz zu mir gesagt hat, ach, das ist der Mist, den wir immer wegschweifen. Und das sind die Moose, die Flechten und die Pilser. Und ich habe jetzt nochmal ein Bild von dem Wald von heute. Und wenn man mal so durch den Wald geht, es sind ja nicht nur Bäume, was wir da haben, sondern wir haben ja auf dem Waldboden zum Beispiel die Moose, die vielleicht auf Steinen wachsen oder auf Wurzeln. Wenn man dann an den Baum schaut, hat man ja auch Lebewesen, also Flechten beispielsweise. Das ist jetzt mal so eine Vergrößerung von so einer Rinde. Und da könnt schon so eine kleine Community sehen. Wir haben hier Moos, hier haben wir Flechten und hier praktischerweise auch noch ein Harz, das darüber geht, wo man sich dann sehr gut vorstellen kann, wie dann so ein Anschluss entstehen kann. Und tatsächlich ist Bernstein ein sehr gutes Erhaltungsmedium für diese Art von Organismen, also für Moose beispielsweise. Moose sind sehr zarte Gebilde, die Blätter zum Teil eine Zellschicht dick und sie sind als normale Fossilien, als Steinfossilien sehr selten. Aber in Bernstein haben wir wirklich eine reiche Flora von Mosen, die auch immer weiter beschrieben wird. Und das macht Bernstein so besonders, dass er auch solche Organismen sehr gut einschließt. Ja, dann haben wir Flechten. Für Flechten gilt das gleich für die Mose sehr selten als Fossilien aber in Bernstein haben wir einen großen Fossilien Reichtum verhältnismäßig zu dem was wir sonst haben. Und Flechten das ist ja eigentlich eine Lebensgemeinschaft also eine sogenannte Symbiose aus Algen und Pilzen oder Cyanobakterien und da haben wir auch sehr viele aus dem baltischen Bernstein und Pilze also nicht der Pilz mit Hut der Champillon wie man ihn so kennt sondern Mikropilze und die findet man in Bernstein das ist jetzt mal ein Beispiel von dem Musthau Pinz dem sogenannten Schwärzepinz das hier ist jetzt der Bernstein Einschluss und die kennt man heute die fahre wachsen zum Beispiel auf Blattoberflächen haben hinterlassen so einen schwarzen Film und die schaden der Pflanze auch nicht und die finden wir im Bernstein auch häufig genauso wie Sporen und wir finden auch noch andere ähnliche Pilze die auf Pflanzen Oberflächen also auf den Einschlüssen gewachsen sind und das alles gibt dann nochmal einen Blick in die Mikrohabitate des Bernsteinwaldes also wie diese Kleinstlebensräume ausgesehen haben und tatsächlich sind das zum Teil auch gute Indikatoren wie das Klima zumindest auf einer kleinen Regionalebene ausgesehen haben kann nämlich dass wir feuchte Lebensfreude hatten aber auch welche die sehr lichtdurchflutet waren und trocken waren und das sind Einschlüsse die man häufig übersieht oder die vielleicht andere nicht wertschätzen die aber tatsächlich große Aussagekraft haben okay so also wir sind jetzt schon bei 45 Minuten vielleicht suchst du noch ein paar Highlights raus und ich frage noch mal aktiv nach Fragen ich meine ich kann dir vielleicht das Video noch zeigen ja genau das ist schön wir hatten ja gerade noch das Thema gehabt mit tasanomischen Ebenen also die Beziehung zwischen Tieren und Pflanzen in diesem Wald war und ein Beispiel was ich so ganz nett finde das seht ihr hier das ist ein Köcher hier aus Pflanzenmaterial und hier unten da hängt eine Raupe dran und die Raupe hängt halt mit dem Hinter nach hinten raus und mit dem Kopf ist sie hier noch in ihrem Köcher zu gange und das fand ich irgendwie so ganz witzig als wir das gesehen haben wir haben diesen Köcher untersucht und heraus gefunden dass das Nadelfragmente sind den die Raupe ausgehöhlt hat und dann zusammengewebt hat zu ihrem Köcher aber um natürlich zu wissen was das für eine Raupe ist muss man den Kopf sehen und ja wie macht man das ich möchte das Stück nicht kaputt machen eine wichtige Technik die wir heute vielleicht noch kurz anreißen können das ist in der MikroCT das ist eine Maschine die mit Röntgenstrahlung arbeitet und mit der man dann solche Stücke durchleuchten kann und das hat eine Kollegin hier am Museum für mich gemacht die Christine Mahl und die hat dann für mich die Bilder auch gekonstruiert und dann daraus ein Video gemacht und das Video kann ich euch hier mal kurz zeigen und das ist also der Kopf der in dem Köcher steckt und hier kann man gut die einzelnen Beine sehen hier die Mundwerkzeuge und dann kann man das im Modell drehen und wenden wie man möchte ohne dass man den Wertstein an sich kaputt machen muss und anhand der Morphologie dieses Kopfes konnte ein anderer Kollege hier aus dem Museum dann sagen dass das eine Narve einer Psychide ist das ist die Familie der echten Sackträger es ist also eine Schmetter in Traube ok ja sieht man mal wieder wie gut das darin wirklich erhalten ist ja also ich von Blüte das sehen wir hier das hat ein Kollege für mich rekonstruiert der jetzt in Köln ist und das ist eine Blüte aus Michelin ischen Bernstein da ist aber noch was dran ja was in blau eingefärbt ist ein Insekt das habe ich jetzt nicht erwähnt weil für mich war einfach nur die Blüte interessant also man sieht man kann eben mit dem Fortschritt der Technik erhalten was man vor 10 Jahren in der Form noch nicht hätte machen können oder vor 20 Jahren mein ein Beispiel hängt ja noch da drin ist dieses Plakat ja kann das noch mal kurz zeigen und das zeige ich auch immer sehr gerne als Beispiel wie gut die Erhaltung der Landstein ist aber auch wie man den Landstein untersuchen kann und das hier ist ein Einschluss den ich in Blüten stand und ich hatte schon eine Ahnung was sein könnte welche Pflanzen Familie das ist aber um auf eine Gattung zu kommen musste ich eben die einzelnen Merkmal der Blüte nehmen und hier waren die Kandidaten 1, 2 oder 3 wer ist es also Castanopsis Letocarpus Chryselepis das sind drei Gattungen der Pharaezener Blüten Gewächse und alles entscheidend war wie sieht die Blüte von Synchrotron in Hamburg also ein Teilchengeschleuniger am sogenannten DESI das deutsche Synchrotron und an diesem Teilchengeschleuniger ist eine Mikro-CT-Station angeschlossen und die haben das in den Einschuss dort gescannt und man hat da noch eine höhere Auflösung als Mikro-CT und da hat sich dann herausgestellt dass die Erhaltung phänomenal war das ist die Blüte die ich auch in dem Podcast erlebt hatte man sieht hier also die einzelnen Schuppen man sieht hier die Haare in den Blüten sogar die Staubbräute und die sehen wirklich aus wie ich auch mal so mit sage wie vom Baum gefüllt und diese ganzen Merkmal die ich hier sehen konnte die haben dann dazu geführt dass wir am Ende feststellen konnten dass es Kastenopsis ist also Kandidat Nummer eins und das wiederum haben wir dann verwendet um einen weiteren Teil von dem Lebensraum zu rekonstruieren also wieder ein neues Puzzlestück wahrscheinlich hört das dann nie auf ne das hört nicht auf das ist never ending als ich angefangen habe mich auch Kollegen gefragt wirst du denn immer was zu tun haben ich meine erstens wir haben über 30.000 Stück in der Sammlung auch wenn nur ein Bruchteil war von botanisch ist vieles auch noch nicht bearbeitet und ich bekomme immer wieder neues Material also Sammlung kontaktieren mich und sagen ich habe hier was und so kriege ich immer wieder neues Material neue Entdeckung und ich habe das Gefühl das ist eine Lebensaufgabe ok ja auf jeden Fall eine spannende Lebensaufgabe glaube ich ok dann würde ich sagen machen wir jetzt hier die letzte Fragenrunde ist es wirklich aus der Beschaffenheit des Bernsteins oder der Einschlüsse weiter Metadaten zur Umwelt auszulesen wie Sondereinstrahlung Luftfeuchtigkeit Temperatur und so weiter und so fort die bei der Entstehung vorherrschte ja tatsächlich macht man das ja am besten mit Blättern also wenn wir an andere fossile Floren denken untersucht man immer die Blattmorphologie Blattrand und Spaltöffnung Spaltöffnungsdichte und Größe und so weiter das kann man jetzt in dem Ausmaß wie man es bei anderen fossilen Lagerstätten macht bei uns nicht machen weil wir diese Größenverschiebung haben von der ich vorhin gesprochen habe ja nichtsdestotrotz sind die Anschlüsse die ich finde auch klimarelevant also jetzt wenn ich an die Konferden denke die ich vorhin gezeigt habe aber auch an die Buchengewächse und wenn ich so diese ganze Geschichte drumherum mit einbeziehe kann man schon sagen dass der Bernsteinwald eher warmtemperat war weil tropische Pflanzen komplett fehlen wir haben jetzt zum Beispiel im Vergleich Kugelmesse mittleres Enozeen wo wir eher ein tropisches Klima hatten oder paratropisch wie man sagt und das was diese Flora so auszeichnet das haben wir im baltischen Bernstein nicht also es sind dann auch die Vergleiche mit anderen fossilen Lagerstätten die uns dann helfen weiter Rückschlüsse zu ziehen Dankeschön das Titelbild der aktuellen Folge zeigt einen Pflanzeneinschluss soll das die Rodidula eine fleischfressende Pflanze sein ich habe das Titelbild lange nicht gesehen ich wusste nicht dass es gibt oder es ist das da ich glaube fast dass es das ist im Eisen sein ich ich denke die Rodidula kann es nicht sein weil die liegt nämlich in Göttingen an der Universität das war ein Projekt was ich in Göttingen gemacht hatte und da gibt es auch eine kleine Bernstein Ausstellung und da steht die auch in der Ausstellung ich denke was ihr gesehen habt das ist wahrscheinlich das Stück aber ich kann verstehen dass euch das ein bisschen an die Rodidula erinnert wenn man die Größe nicht im Kopf hat weil dieses Blatt ja auch diese Spitze oben hat und es so ein bisschen so aussieht als ob sie vielleicht zu Tentakeln hätte am Blattrand aber hier ist der Blattrand tatsächlich nur gezackt und ich kann sagen dass bei der Rodidula die war wirklich sehr klein da war ein Göttingen maximal Zentimeter groß ok Dankeschön warum findet man so häufig nach Stürmen Bernsteine am Strand wird das vom Meeresboden gelöst ja da hast du die Frage eigentlich schon gut selbst verantwortet genauso ist es nämlich also der baltische Bernstein ist in der sogenannten blauen Erde eingelagert und die ist an meinen Stellen der Küste entlang aufgeschlossen und ich denke dass eben durch die Wasserbewegung die aufgebildet wird und dann die Bernsteine rausgespielt werden gibt es so Hotspots in Deutschland wo man besonders viele Bernsteine findet ja bitter aber da kann man selber nicht suchen die haben da jetzt einen Spinnbagger also vielleicht um noch mal kurz die Info zu geben das war früher ein Braunkohle Tagebau man hat da auch Bernstein gefördert jetzt ist es geflutet und es ist ein See und da ist ein Schwimmbagger drauf wo die jetzt permanent Bernstein raussuchen aber da kann man nicht privat sammeln Hotspots tatsächlich kann ich da jetzt leider keine Tipps geben weil man glaubt es nicht ich war selber in Bernstein sammeln dann du bekommst ja immer die Tüten geliefert genau ich muss nicht sammeln denn wenn ich sammeln würde ich würde meine Forschung gar nicht machen können weil jedes im Schnitt nur jedes tausendste Stücken Anschluss hat und von diesen jeden tausendsten sind nur zwei Prozent maximal Pflanzen Anschlüsse und davon ist auch wieder nur ein sehr geringer Bruchteil für meine Forschung überhaupt zu verwenden das heißt wir sprechen von sehr geringen Chancen dass ich irgendwann mal was am Strang finden würde was mir in meiner Forschung hilft daher es ist für mich praktischer zu benutzen danke Eva danke auch für eure vielen vielen Fragen ich fand die Fragen waren echt gut auch mein Lob zurück da waren wirklich sehr gute sehr gut überlegte Fragen dabei die ich normalerweise nur auf Konferenzen bekomme von Fachkollegen Daumen hoch hat ihr gut gemacht und danke auch dass ihr angeschaltet hat dann Dankeschön und wir verabschieden uns mach's gut tschau